POKEMON AURORA Als Arenaleiter bin ich dazu verpflichtet, die Stadt zu schützen. Wenn etwas in der Safari-Zone nicht in Ordnung ist, erfahre ich es also als Erster und kann einschreiten. Deshalb führt der Fluchttunnel hierher. Präsident Rufus wurde ebenfalls informiert. Er war mehr als erschüttert. Ich und einige weitere Parkranger, die sich zum Zeitpunkt der Katastrophe nicht in der Safari-Zone befanden, haben die Türen verbarrikadiert und sorgen jetzt dafür, dass nichts aus der Safari raus oder reinkommt. Und die Infizierten? Bist du ihnen begegnet? Sind sie nicht in die Stadt vorgedrungen? Nein, glücklicherweise nicht. Man hat schnell reagiert. Aber trotz allem habe ich die Stadtausgänge ebenfalls abgeriegelt. In der Safari-Zone sind aber noch Überlebende. Wir müssen sie da rausholen. Was sagst du da? Man sagte mir, man habe weit und breit nur tot gesehen. Es gibt noch eine kleine Gruppe, die überlebt hat. Das ändert natürlich einiges. Du warst also in der Safari-Zone. Hast mitbekommen, wie das alles passieren konnte? Eine junge Frau namens Ronja ist dafür verantwortlich. Diese Pokémon sind irgendwie krank. Ich dachte anfangs, sie wären tollwütig oder etwas in der Art. Wenn man von ihnen gebissen wird, verwandelt man sich in ihresgleichen. Es ist wohl so etwas wie ein Virus. Ja, das ist mir bereits zu Ohren gekommen. Nachdem wir die Überlebenden aus der Safari-Zone rausgeholt haben, müssen wir die Sironja finden. Es sind so viele Leute aus der Safari-Zone rein- und rausgekommen. Besteht die Möglichkeit, dass sie bereits aus der Stadt geflüchtet ist? Möglich. Aber seit der Notstand ausgebrochen ist, kam eigentlich meines Wissens niemand aus der Safari-Zone heraus. Nun ja, bevor dort die Hölle ausgebrochen ist, hat sie sich wohl aus dem Staub gemacht. Aber egal, wir müssen die Überlebenden aus der Safari-Zone rausholen. Dazu brauche ich allerdings Hilfe. Ich weiß nicht, ob ich verantworten kann, dass eine dieser Kreaturen nach draußen gelangt. Es könnte verheerende Folgen haben, wenn es stimmt, was man sagt. Aber da sind noch Menschen drin. Sollen wir sie einfach ihrem Schicksal überlassen? Das mag sein. Doch haben diese Leute es verdient, gerettet zu werden? Sind sie es wert? Sind sie es wert? Dafür, dass Wohlergehen der restlichen Bevölkerung und der Bewohner von Fuxania City aufs Spiel zu setzen? Ich habe viel für diese Leute riskiert. Und sogar mein Tauros verloren. Auch Menschen habe ich heute sterben sehen. Viele Menschen. Zu viele. Das tut mir leid für dich, Junge. Ich kann mir wohl nicht im Entferntnis vorstellen, was du alles durchmachen musstest. Aber zu deiner Frage. Ich weiß nicht, ob sie es wert sind. Ich weiß nicht, ob es gute Menschen sind. Aber ich habe auch nicht das Recht, darüber zu urteilen. Ich weiß nur, dass mein Tauros umsonst gestorben wäre, wenn ich diese Leute nicht rette. Und ich weiß, dass ich mein Leben lang mit einem schlechten Gewissen leben müsste, wenn ich sie sterben lasse. Also gut. Ich werde dir dabei helfen, Junge. Allerdings habe ich das nicht allein zu entscheiden. Der Präsident muss darüber entscheiden. Was? Aber wir dürfen keine Zeit mehr verlieren. Ja, gehen wir. Ich hätte jetzt echt damit gerechnet, dass ich gegen den kämpfen muss. Okay, umso besser. Das ist eine Katastrophe, eine einzige Katastrophe. Und du sagst, eine blonde Frau namens Ronja ist dafür verantwortlich, junger Mann. Außerdem sollen sich noch Menschen in der Safari-Zone aufhalten, Überlebende? Die Frau heißt Ronja. Und ja, sie ist für all das verantwortlich. Drinnen sind wirklich noch einige Überlebende. Sie halten sich gleich im ersten Rasthaus im Eingangsbereich auf. Wir hatten also gute Chancen, sie dort rauszuholen, ohne zu riskieren, dass diese Dinger in die Stadt gelangen. Aber ist das denn noch nicht so riskant? Koga, Sie als Adrenalleiter, was meinen Sie dazu, hä? Ich denke, der Junge hat recht. Die Chancen stehen gut, die Menschen dort rauszuholen, ohne das Risiko dabei einzugehen, diese Infizierten in die Stadt gelangen zu lassen. Nun, ich bin mir nicht sicher, ob ich es verantworten kann. Falls doch etwas schief gehen sollte. Diese Krankheit könnte sich schneller ausbreiten, als uns lieb ist. Bitte, Herr Präsident. Da sind noch Menschen drin. Wir müssen sie da rausholen. Das sind potenzielle Wähler. Also bitte. Also gut. Sie beide haben meine Erlaubnis, aber seien Sie vorsichtig und gehen Sie kein unnötiges Risiko ein. Meine Pokémon und ich werden dafür sorgen, dass die Infizierten die Safari-Zone nicht verlassen. Ja, das hoffe ich. Herr Koga, mir wäre es lieb, wenn du mitkommst. Also gut, Junge, die Barrikade haben wir schon mal entfernt. Jetzt liegt es an dir. Begib dich zum Rasthaus und hol die Leute umgehend da raus. Falls irgendwie Infizierte durch die Tür gelangen sollten, werden meine Pokémon nicht sie aufhalten. Aber behalte ich. Sollte die Situation hier eskalieren, bin ich gezwungen, die Tür erneut zu verbarrikadieren. Ich werde mich beeilen. Außerdem kann ich ja durch den Fluchttunnel wieder entkommen, falls irgendwas schief geht. Bist du auch bereit, Milo? Scheinbar. Und Koga, warum benutzt du nicht ein stärkeres Pokémon als ein Smogon? Nur mal so. Aber was habe ich schon zu sagen? Holy fucking! Ich wollte gerade mit den falschen Tassen angreifen. Das wäre jetzt irgendwie nicht so cool gewesen. Geh da weg! Zum Glück ist es nur ein Flagmon. Holy fucking shit. Bam! So, und jetzt das Flagmon. Komm her! Nein! Oh, es fiel so langsam. Kann nicht einschätzen, wann ich es treffen muss. Naja, mit dem Flammdorf geht's ja. So, Leute, ich bin da. Elias, du bist wieder da. Ein Glück! Ja, und ich bin durch den Eingang aus der Safari-Zone gelangt. Er führte mich direkt in die Arena von Fuchsania City. Dort traf ich auf den Arenaleiter Koga und er war bereit, mir zu helfen, euch hier rauszuholen. Aber wir haben nicht viel Zeit. Wir müssen so schnell wie möglich zum Eingang der Safari-Zone. Ich habe gehört, was Elias gesagt hat. Unsere Pokémon werden versuchen, so viele Infizierte wie möglich von uns fernzuhalten. Ansonsten kann ich nur eins sagen. Rennt, was das Zeug hält! Cedric, ich bin froh, dass du es geschafft hast. Ich auch, Elias. Aber jetzt müssen wir erstmal hier raus. Du hast recht. Gehen wir, Leute! Oh, was zum... Was? Ich konnte gar nichts machen! Was zum Fick? Was zum... Was geht jetzt ab? Zauberlosen, das macht rollo mit der Sonnenbrille. Elias muss träumen, anders geht's gar nicht. Was war jetzt das für eine abgefuckte Scheiße? Wo kamen diese ganzen Infizierten auf einmal her? Und ich glaube, der Forscher hat es schon mal nicht geschafft. Es sah zumindest so aus. Wisst ihr, davon habe ich schon immer geträumt. Wenn jetzt mein Pokémon am Strand zu liegen und einfach mal die Seele baumeln zu lassen. Das Meer ist wirklich schön. Findet ihr nicht auch? Was ist das mit der Sonnenbrille? Ja, mach hallo geht's. Mach hallo ist cool. Glaubt ihr, für kein Geld der Welt würde ich diesen Augenblick mit euch eintauschen wollen. Was? Was? Wie war Tod und Blut und Verderben und... What the fuck? Was geht hier vor? Das Meer ist voller Blut. Was zum Fick? Okay, wir haben es scheinbar irgendwie geschafft. Fogano! Elias, bist du wach? Was, wo bin ich? Wir sind in der Arena von Foxania City. Nachdem wir die Safari-Zone verlassen hatten, bist du zusammengebrochen. Ich... Ich glaube, das war einfach alles zu viel für mich heute. Das glaube ich, Herr Kumpel. Du hast diese Nacht extrem viel durchmachen müssen. Ist die Stadt sicher? Sind Infizierte in die Stadt eingedrungen? Nein, wir haben es geschafft, die Infizierten einzudämmen. Wir haben den Eingang mit dem Spezialschlüssel von Koga verschlossen und auch einige Bretter vor die Tür genagelt, sowie mehrere Möbelstücke davorgestellt. So schnell wird dort nichts nachkommen. In Ordnung, freut mich zu hören. So, genug ausgeruht. Was soll das heißen? Was hast du vor, Elias? Ich werde diese Ronja suchen. Die, der wir das alles hier zu verdanken haben. Bist du bereit, Milo? Scheinbar. Das freut mich. Dann gehen wir diese miese Schlange suchen. Ich hätte beinahe Schlampe gelesen. Die Sonne geht langsam auf. Fuchsania City sieht wirklich schön aus. Findest du nicht auch, Milo? Deswegen nennt man sie also die Stadt der Morgenröte. Aber die Straßen scheinen wie leergefegt zu sein. Kein Wunder. Die Leute wurden angewiesen, ihre Häuser nicht zu verlassen. Davon gehe ich zumindest aus. Denn laut dem Erinnerleiter Koga wurde der Notstand ausgerufen. Hm. Ich hoffe, diese Ronja versteckt sich nicht in einem dieser Häuser. Abgeschlossen. Abgeschlossen. So ein Mist. Milo hätte das gut gebrauchen können. Ja, das ist wohl wahr. Die Tür ist abgeschlossen. Okay, da komme ich nicht weiter. Ich sehe mich erst hier in Fuchsania City um. Markt. Aufgeschlossen. Hier oben was Geheimes. Nö. Und da steht jemand vor der Safari Zone. Was macht ihr draußen, Junge? Alle Zivilisten sind dazu aufgefordert worden, in den Häusern zu bleiben. Wir suchen eine Frau namens Ronja. Sie hat für diese Katastrophe in der Safari Zone verantwortlich. Sie ist eine blonde Frau. Schwarz gekleidet. Und so ungefähr 20. Was sagst du da, Junge? Diese Frau wollte sie vorhin mit mir anlegen. Und hat mir sogar gedroht. Ich habe sie ermahnt. Und ihr gedroht, sie in Gewahrsam zu nehmen. Falls sie weiter Faxen macht. Sie kann doch die Stadt nicht verlassen haben, oder? Nein, solange der Notstand ausgerufen ist, kann keine Stadt betreten oder gar verlassen. In die Häuser kann sie eigentlich auch nicht. Da jeder Bürger angewiesen wurde, ist ein Haustier geschlossen zu halten. Wissen Sie, in welche Richtung sie gegangen ist? Darauf habe ich ehrlich gesagt gar nicht geachtet. Tut mir leid. Sie ist hier vorhin immer noch hin und her geschlichen. Na schön, ich werde selber nochmal nach hier suchen. Das ist viel zu gefährlich, Junge. Glauben Sie mir, ich habe heute schon einiges überlebt. Außerdem ist Milo bei mir. Stimmt's, Milo? Na also. Was heute? In der Safari-Zone? So ist es. Ich war dabei, als diese Ronja die infizierten Pokémon freilies. Ich habe keine Zeit. Ich muss diese Frau suchen. Bevor sie noch etwas noch Schlimmeres anrichtet. Also gut. Falls diese Ronja hier noch einmal auftauchen sollte, werde ich sie in Gewahrsam nehmen. Danke. Halten Sie bitte die Augen weiter offen. Na, werde ich tun. Viel Glück, Junge. Blond. Circa 20. Schwarz gekleidet. Klingt doch nach einer ziemlich interessanten Person, findet ihr nicht? Wie alt ist Alias eigentlich? Ob er mit ihr was anfangen könnte? Ich wage es zu bezweifeln. Pokémon-Paradies. Yeah. Stadt der rosaruten Träume. Abgesperrt. Ja. Wo ist diese olle Bitch? Das Haus von Präsident Rufus. Ich sollte nicht stören. Ist hier. Raus dürfte ich auch nicht kommen. Nein. Wo ist diese olle Bitch? Will die mich verarschen? Bestimmt am Strand unten, oder? Bestimmt unten am Strand. Oh, wir können hier weiter. Ich gehe erstmal zum Strand. Falls ich das überhaupt kann. Äh. Hat gerade geleckt wie Scheiße. Dort geht's zum Strand. Wir sollten uns aber erst einmal hier in Fuxania City nach Ronja umsehen. Sie muss einfach hier sein. Okay, dann gehen wir jetzt nicht zum Strand. Ist ja in Ordnung. Gehen wir hier Richtung Westen. Ausgänge wurden abgeriegelt. Polizist Jim. Na, na, mein Junge. Du hast hier draußen nichts verloren. Alle Einwohner der Stadt wurden gebeten, in ihren Häusern zu bleiben. Das gilt auch für dich. Ja, ist mir bewusst. Aber wir suchen diese Frau, die für diese Katastrophe verantwortlich ist. Sie ist eine blonde Frau. Schwarz gekleidet und so ungefähr 20. Und das gibt dir und deinen Pokémon die Erlaubnis, sich hier nicht an die Regeln zu halten, hä? Koga, der Arena-Leiter, weiß Bescheid. Er hat mir geholfen, die Überlebenden aus der Safari-Zone zu retten. In der Safari-Zone gab es Überlebende? Das ist sehr großartig. Aber, äh, nun gut, ich weiß nichts von dieser Frau. Aber ich werde weiter in die Augen offen halten. Und du solltest dich nicht länger als nötig draußen aufhalten, Junge. Auch wenn es nur üblich ist, was du tust. Du solltest die Sache lieber der Polizei überlassen. Seltsam. Ich habe bisher noch niemanden nach ihr suchen sehen. Momentan sind viele meiner Kollegen abgesetzt worden, um die Leute zu betreuen. Die meisten stehen unter Schock. Schließlich sind viele Angehörige der Bewohner von Fuchsania City in der Safari-Zone aufs Leben gekommen. Na, ist natürlich verständlich. Danke für die Auskunft. Ich werde mich sobald wie möglich in Sicherheit begeben. Wenn die Suche nach der Frau erfolglos bleibt, machen Sie sich keine Sorgen. Na schön, Junge. Sei auf der Hut und gehe keine unnötigen Risiken ein. Danke. Mein Pokémon passt auf mich auf. Und ich passe ebenfalls auf Milo auf. Schön zu hören. Nun, dann wünsche ich euch viel Erfolg bei eurer Suche. Seid vorsichtig. Und wenn ihr Hilfe benötigt, meldet euch bei der Polizei. Das ist echt seltsam. Fühlt es nicht auf, Milo? Die Sironia scheint sich in Luft aufgelöst zu haben. Und Keine scheint zu wissen, dass sie gesucht wird. Ob wir eventuell mal Präsident Rufus aufsuchen sollten? Vielleicht kann er uns etwas sagen. Also gut, dann machen wir das. Milo, gehen wir. Ja, hier in Fuchsania City scheint sie wirklich nicht zu sein. Das Haus vom Präsidenten, das ist das hier. Das ist das Haus vom Präsidenten. Hm, seltsam. Die Tür ist gar nicht abgeschlossen. Gehen wir rein, Milo? Natürlich. Da ist sie. Die ist aber rot gekleidet, teilweise. Naja. Duschen wieder, du verdammter Rostlöffel. Ronja. Kein Schritt weiter. Oder Elbpräsidenten hier hat gleich ein Messer im Hals stecken. Du hast es erleben, dass du die Safari-Zone geschafft hast. Ich bin beeindruckt, Kleiner. Lass uns sofort los. Du hast jetzt Ende Pause. Fettsack. Siehst du nicht, dass ich mich gerade mit dieser kleinen Rotznase da unterhalte? Warum? Warum hast du das gemacht? Sag schon. Das interessiert dich wohl brennend, was? Na gut, Kleiner. Du willst wissen, warum? Ich würde es dir erklären. Mein Freund und ich. Nun, wir hatten schon seit längerem etwas geplant. Wir waren jahrelang bei Team Rocket. Doch nach einiger Zeit haben wir gemerkt, dass wir es hassen, wie Team Rocket mit den Pokémon umgeht. Sie benutzen die Pokémon, um ihre schändlichen Pläne umzusetzen. Aber nicht nur Team Rocket. Die Menschen missbrauchen die Pokémon, damit sie selbst im Rampenlicht stehen können. Sie fangen sie ein, entreißen sie ihren Familien und aus ihrer gemunden Umgebung. Sie lassen sich gegeneinander kämpfen. Wie skrupellos kann man sein? Hat jemand mal die Pokémon gefragt, ob sie das überhaupt wollen? Natürlich nicht. Ich habe die Pokémon erlöst und ihre Peiniger leiden lassen. Und falls jemand irgendwo überlebt hat, wird er allen sagen, dass all die Toten auf die Kappe von Team Rocket gehen. Du hast auch die Pokémon leiden lassen, nicht nur die Menschen, die du scheinbar so sehr verabscheust. Und das, indem du kranke Pokémon dafür verwendest. Brillant, nicht wahr? Mein Freund war gerade in Ducadia City, als er dort mit Team Rocket den Radioturmen besitzen nahm. Die ausgestrahlten Radiowellen verwandelten die Pokémon in diese kranken, aggressiven Viecher. Es reicht ein Biss, um den Virus weiterzugeben. Als mein Freund das rausfand, kam ihm eine Idee. Warum nicht die Pokémon, die gebissen, aber noch nicht verwandelt waren, einfangen und den Virus zu verbreiten? Es war die perfekte Rache. Man konnte sie einfangen. Erst im Pokéball verwandelten sie sich. Ich hielt mich hier auf, bevor diese Fahrerzone eröffnete. Wir hatten anfangs einen weit harmloseren Plan, bei dem nicht einmal feststand, ob er überhaupt funktioniert. Doch nur kurze Zeit vor der Eröffnung kam ein Freund mit diesem grandiosen Plan. Dieses Ereignis in Ducadia kam mir gerufen und all die gierigen Pokémon-Trainer wie du würden ihre Quittung schon bekommen. Und siehe da, es hat geklappt. Leider wurde mein Freund in Ducadia City auch gebissen. Doch bevor auch er sich verwandelte, sendete er mir die infizierten Pokémon über das Lagerungssystem. Und ich habe sein Werk nun vollendet. Die Safarizone ist voller infizierter Pokémon und es wird nicht lange auf sich warten lassen, bis sich der Virus weiter ausbreiten wird. Es ist nicht aufzuhalten, hörst du? Nicht aufzuhalten! Was unterscheidet dich und deinen Freund denn vom Team Rocket, hä? Ihr habt dabei geholfen, einen Virus zu verbreiten, der nicht nur die Menschen, die laut eurer Meinung, ja scheinbar ihre Pokémon für Sklaven leiden lässt. Auch die ganzen Pokémon müssten wegen euch leiden. Der Zweck heiligt in diesem Fall die Mittel. Ich befreie die Pokémon von ihrem Dasein als Sklaven für die Menschheit. Ich befreie sie alle! Nein! Du lässt sie leiden! Sie sterben in qualvollem Tod und verwandeln sich in diese Kreaturen. Hast du denn die Pokémon gefragt, ob sie das überhaupt wollen? Ich habe vorhin an Taurus gefangen. Aus irgendeinem Grund mochte es mich. Es hat mehrmals sein Leben für mich riskiert. Und dann wurde es von einem infizierten Artgenossen in Stücke gerissen. Und weißt du, wer schuld daran ist? Du! Ja genau, ich gebe dir die Schuld dafür, du verdammtes Miststück! Hättest du das Taurus nicht gefangen, hätte es sich auch nicht für dich geopfert, wenn es überhaupt so stimmt, was du da erzählst! Scheint, als wärst du selber dran schuld, du Rotznase! Und jetzt verschwinde, oder ich werde dem Präsident Motschbirne hier mein Messer in die Kehle rammen! Wirst du das nicht ohnehin tun? Vermutlich schon! Wie konnte sie überhaupt hier reingelangen, Präsident Rufus? Haben sie die Tür nicht abgesperrt? Ach Kleiner, kannst du dir das nicht denken? Du müsstest doch wissen, dass solche reichen Fettsäcke wie der Präsident hier immer Dreck am Stecken haben! Was soll das heißen? Das soll heißen, dass unser guter Präsident Rufus hier mich bei meinem Vorhaben unterstützt hat! Wie? Ich wusste ja nicht, dass es solche Ausmaße annehmen würde! Sie hat mir ein Angebot gemacht, das ich nicht ablegen konnte, wenn ich ihr Schutz gewähren würde! Seit das Schreckliches konnte ich mir in meinen schlimmsten Albträumen nicht vorstellen! Deswegen hat doch niemand nach ihr gesucht! Sie haben Koga und mich reingelegt und gar keine Fahndung nach ihr rausgegeben! Was hat sie ihnen geboten, hä? Was alle reichen Säcke wollen! Geld! Und glaub mir! Durch die Zeit bei Team Rocket hat sich so einiges an Schotter bei mir angeheift! Du kannst dir also vorstellen, dass mein Angebot durchaus verlockend war! Ach, weißt du was? Planänderung! Scheiß auf dich Schweinebacke! Was tust du da? Nichts! What the fuck? What the fuck? Nun zu dir Kleiner! Wir hatten ja bisher schon wundervolle, geradezu magische Momente, nicht wahr? Und ich kenne nicht mal deinen Namen! Elias! Weißt du, Elias, ich glaube, das zwischen uns ist etwas ganz Besonderes, findest du nicht auch? Was redest du da? Na, das zwischen uns! Diese, diese, diese Spannung! Als wäre die Luft elektrisiert aufgelassen! Spürst du es nicht? Für solch einen besonderen Menschen wie dich, habe ich mir extra eine kleine Überraschung aufgehoben! Was? Oh, was? Wie gesagt, ich habe noch eine Überraschung parat! Viel Spaß damit! Oh nein, bevor jetzt irgendwas Schlimmes passiert! Leute, das war's für heute mit Pokémon Aurora! Vielen, vielen Dank fürs Zusehen! Und hoffentlich bis zum nächsten Mal! Macht's gut oder besser! Tschüss!